Jo Leute, willkommen mal wieder auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich weiß, ihr habt lange drauf gewartet, dass ich diesen Kanal lösche oder so, aber hier bin ich wieder. Und ich hab mal wieder was richtig Geiles für euch vorbereitet. Und zwar habe ich 8 unnötige Produkte bei Amazon bestellt, aber so richtig unnötige Produkte. Und werdet sie für euch testen, ausprobieren und gucken, wem ich sie weiter verschenke. Falls ihr Bock auf mehr Videos in dieser Art habt, vergesst nicht einen Daumen nach oben da zu lassen oder einfach einen Kommentar unter das Video zu schreiben. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht zu lange, sondern legen direkt los. Let's go! Okay, als erstes habe ich hier so eine WC-Witze-Klopapier-Rolle, wie auch immer man das Ding nennen soll. Das ist ein ganz normales Klopapier, ja, kennt man schon alles gesehen. Aber das Coole an diesem Klopapier ist, hier, haltet euch fest, Leute. Da sind Witze drauf, ja, ich stehe immer Witze drauf gedruckt. Also ich muss einfach nur öfter kacken gehen jetzt, da werde ich ein richtig witziger Typ in ein paar Monaten, ja. Ich lege da einfach mal ein paar Witze vor, aber nicht vergessen, festhalten, ja. Zum Beispiel, erster Witz, Frauen sind für mich. Wenn man sie stehen lässt, werden sie sauer, verstehst du? Ist doch, ist doch der Wahnsinn, ey. Oder hier, pass auf, der ist auch richtig gut. Sex allein macht mich glücklich, aber Sex zu zweit ist cool, ey. Verstehst du? Okay, Leute, ich packe das da einfach mal wieder ein, für bessere Zeiten. Die Witze sind ja auf jeden Fall übertrieben, aber gar nicht. Hier steht auf der Verpackung noch einer. Ich bin kein Vegetarier, weil ich Tiere liebe. Ich bin Vegetarier, weil ich Pflanzen hasse. Ja, was ist das für eine Scheiße? Ich würde sagen, ich schenke diese Witze-Klopapierrolle Revy Insight, weil ich glaube, ihr kennt ihn. Und ich glaube, ihr wisst, dass das seine schlechte Witze-Kollektion vervollständigen würde. Das ist eigentlich das perfekte Geschenk für ihn. Wann hast du nochmal Geburtstag, Revy? Schreibt mir in die Kommentare am besten. Du kriegst auf jeden Fall ein geiles Geschenk von mir, Brudi. Nur weil wir Brüder sind, okay? Äh, ver... nicht... dann nicht. Das zweite sinnlose Produkt, was ich gekauft habe, ist ein Einhorn. Einhorn oder Einhornhorn, wie auch immer man das nennt. Wenn ihr Leute habt, die sowas noch nicht haben, auf jeden Fall beste Geschenke dir. Vor allem für Frauen. Ich glaube, alle Frauen mögen Einhörner. Und dann ist hier einfach... ist das euer fucking Ernst. Gummigedöns, mit dem man... was man so aufblasen kann und sich da an den Kopf machen kann. Okay, erstens, wer hat so einen kleinen Kopf? Wenn das nicht mal mir auf den Kopf draufpasst, welcher Typ soll das auf seinen Kopf draufbekommen? Ey, ich krieg das... Ich krieg das nicht aufgesetzt. Geil, klaffe. Das gibt auf jeden Fall eine schlechte Bewertung für den Verkäufer. Ich meine, sowas muss mitgeliefert werden. Ordentlich ablaufend hier. Also ich muss sich selbst gerade ein bisschen improvisieren. Warte, hier noch ein bisschen Klebe, war das so so? Sieht doch hammerheiß aus, oder nicht? Schreibt einfach in die Kommentare, Leute, wie heftig das aussieht. Einfach nur mit Hashtag sieht heftig aus. Und ich würde sagen, ich weiß schon, an welchen YouTuber ich das weiterschenken würde. Und ich glaube, ihr wisst das auch. Wer steht auf Einhörner? Richtig Alberto. Nein, natürlich Melina Sophie. Die Frage ist, wie krieg ich das da wieder rein in dieses Ding? Das wird kompliziert. Vielleicht sollte ich... Ich mach das nachher, okay? Das nächste unglaublich tolle Produkt, was ich bei Amazon bestellt hab, ist... Nichts! Hier drin ist auf jeden Fall nichts gespeichert. Das ist so eine Plastikkugel. Ich weiß gar nicht... Kann man das rausholen oder so? Ist irgendwie voll fest da drin. Das kann man auch gar nicht rausholen. Aber hier steht, ey, Glückwunsch, du hast nichts gekauft. Klappe, oder? Ich frage mich, warum das nicht so eine komische Form hat. Das sieht aus wie so eine Träne oder so ein Tropfen. Ich würde sagen, ich würde dieses Nichts-Cas-Freak schenken, weil meiner Meinung nach hat der Junge schon alles. Ich meine, man überlegt, der Junge ist fucking great, ey. Der Junge hat einen eigenen Billardtisch, Leute. Wusstet ihr das? Das ist fucking genial, der Junge. Das geht an Cas-Freak. Also nächstes Mal, wenn ich hier zu Besuch sein will, ich lager das für dich extra und pack das schön für dich ein. Das nächste, was ich mir bestellt habe, ist ein scheiß Laune-Entferner. Das sieht so aus. Warte mal, ich mach wieder deinen Beauty-Shot. Mhh, rüchte für jeden Fall noch gute Laune. Das sind so gelbe Bonbons. Ich weiß nicht, was da drin ist. Okay, jetzt weiß ich, da steht Traubenzuckerlinsen. Ich mach für euch den Geschmackstest und gucke, ob das nicht gefährlich ist. Ich hab einfach das selbst bestellt. Immer noch scheiß Laune, ey. Eigentlich müsste ich das für mich selbst behalten, weil ich selbstständig schlechte Laune habe. Deswegen lege ich das mal wieder zur Seite hier. Für schlechte Zeiten, ich meine für heute Abend. Das nächste Produkt, was man unbedingt zu Hause haben muss, ist... Was ist das überhaupt? Ist etwas, was ich auf jeden Fall auch selbst oft brauche. Das ist eine Tüte für hässlich aussehende Menschen. Also theoretisch könnte ich das eigentlich jedem YouTuber schenken, denn so könnte man zum Beispiel unbeobachtet auf die Gamescom gehen oder auf die Videodays, ohne aufzufallen. Oder ich schenke es einfach Anton, oder? Ich würde sagen, ich schenke es Anton. Danke. Klappe. Das nächste Produkt, was ich hier dabei habe, ist ein Anti-Zicken-Spray. Das sieht so aus. Hammergeil. Endlich Schluss mit Zickereien. Anti-Zicken-Spray, natürliches Lavendelspray bei Zickenbefall im Raum verteilen. Also auf dem besten Tier direkt auch alles, alles full machen, ey. Also ist nicht so, dass... Oh, wie scheiße stinkt das eigentlich mal? Bäh. Auf jeden Fall würde ich sagen, verschenke ich dieses Anti-Zicken-Spray an die Berliner WG. Und zwar Cass, Grape und Matthew. Ist nicht so, dass sie streiten würden. Wir haben sie auch schon besucht. Und die Jungs sind ziemlich entspannt. Aber falls man dazu kommen sollte, dass man von vorgebeugt hat sozusagen. Also dass man einfach jeden Tag ein bisschen durch den Raum verteilen und so. Dass überhaupt keine Zickereien entstehen. Oder falls Frauen mal zum Besuch kommen oder so. Das nächste Produkt, was ich hier dabei habe, ist auf den ersten Blick schwer zu erkennen. Vielleicht ist das ein Kugelschreiber. Vielleicht ist es eine Tasse zum Tee trinken oder so. Hab auch falsch gedacht, das ist ein Penis. Das ist eine Penisseife. Also Seife in Form von Penisseife. Was steht hier eigentlich? Mini-Penisseife. Das ist ein Mini-Penis? Dachte ihr immer, ich bin gut bestückt. Schade. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber das Ding ist auf jeden Fall ziemlich detailliert gemacht. Und das ist richtig eklig. Da sieht man sogar die Ader an. Guck mal, wie eklig die Seife ist. Auf jeden Fall ziemlich wichtig, so etwas zu Hause zu haben. Ist ein Muss für jeden Haushalt. Sei mal, die Seife geht an dich. Ich weiß, du wohnst jetzt ein bisschen weiter weg. Aber die Post funktioniert. Wir verschicken das an dich nach Miami. Ich hoffe, du hast deinen Spaß damit. So Leute, ich zeige euch jetzt kurz anhand eines kleinen Tutorials, dass es voll normal ist, eine Schwanzseife zu benutzen. Man muss sich nicht dafür schämen. Also wenn man so etwas zu Hause hat. Also falls ihr Freude habt und geschenkt habt, einfach ganz normal wie eine normale Seife. Zuerst ein bisschen anfeuchten so und dann über die Seife drüber. Ich weiß, anfangs fühlt sich das komisch an vielleicht, aber mit der Zeit gewinnt man sich dran. Glaubt mir. Ich meine, ich spreche aus der Fach. Können wir eine nächste Aufnahme machen? Und das letzte unnötige Produkt für heute sind diese TV-Testbilder. Also für Leute, die Nostalgie nach alten Zeiten haben, so wie ich vielleicht die aus den 90er kamen. Und ich glaube, das ist das perfekte Geschenk für Leute, die ab und zu mal Langeweile haben. Für einen schönen Abend romantisch mit... Stimmt. Apropos romantisch. Ich glaube, ich schenke das Sascha einfach. Falls Sascha mal einen romantischen Abend mit Paula verbringen will. Ist doch viel besser als die Alternative. Einfach mal den rein machen. Das ist endlos. Du kannst das ohne Ende gucken. Ich weiß auf jeden Fall, dass Sascha gute Geschenke sehr schätzt. Deswegen erwarte ich nächstes Mal bei meinem Geburtstag. Sascha, ne? Du hörst mir zu. Mindestens genauso ein gutes Geschenk, ne? Also mindestens. Ich warte dann auf meinen Lambo, ne? Jo Leute, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Oder wenn ihr auch wollt, dass noch weitere Videos in der Art kommen. Natürlich auch einen Daumen nach oben da lassen. Ich bin auf jeden Fall erstmal eine ganze Woche damit beschäftigt, diese Sachen an die zuständigen Personen zu verschenken. Wir sehen uns ja nicht so oft leider. Ein neues Video gibt es wahrscheinlich in zwei, drei Tagen wieder. Bis dahin bleibt schön gesund und gut drauf. Und nicht vergessen zu abonnieren. Tschüss. Tschüss.